Nach dem 1 zu 1 im Hinspiel ist der FC Bayern München gefordert und muss den FC Salzburg schlagen. Aber wie schon im Hinspiel ist Salzburg über Gegenangriffe extrem gefährlich geworden. Und so machten sie das auch hier. Und sie starteten mit dieser Riesenmöglichkeit. Zwölfte Minute, das muss eigentlich das 0 zu 1 sein. Adamu kommt da frei zum Abschluss vor Manuel Neuer, der zurückkehrt zwischen die Pfosten. Nach seiner Operation klärt den Ball zum Eckball. Der FC Bayern München musste sich erstmal einwackeln und nutzte dann eine Unachtsamkeit in der Defensive von Salzburg. Müller an den Querbalken Lewandowski im Nachfassen. 1 zu 0 für den FC Bayern München, da ist Lewandowski dann auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Staubt ab und macht ihn rein. Aber Bayern unsicher, Fehler von Neuer und das ist die nächste Riesenmöglichkeit für die Gäste. Diese Unsicherheit in der Defensive beim FC Bayern München, auch von Manuel Neuer hier ein Stück weit mitgetragen. Und trotzdem stand es 1 zu 0 für den FCB. Das würde reichen. Salzburg aber hatte eben wirklich seine Möglichkeiten. Durchgang 2, Bayern jetzt etwas wacher in der Anfangsphase. Lewandowski mit der Hacke zu Kingsley-Kummer. So schnell kann es gehen. 2 zu 0 in der 51. Minute. Eine Unachtsamkeit in der Defensive der Salzburger. Es wird direkt bestraft. Jetzt brauchten die Gäste 2 Tore. Sané kann hier in der 56. Eigentlich schon alles klar machen. Scheitert aber am Salzburger Schlussmann. Dadurch blieb die Partie noch offen. Salzburg hatte seine Möglichkeiten. 20 Minuten noch zu spielen. Eckball von Ulmer. Hineingebracht. Piotrowski mit dem Kopfball. Der geht aber am Tor vorbei. Neuer sieht das. Schaut hinterher. Guckt ihn um den Pfosten herum. Die Zeit lief den Salzburgern nach vorn. Der FC Bayern München hatte alle Ruhe. Upamecano zu Lewandowski. 3 zu 0. Die Entscheidung in der 87. Spielminute. Am Ende fällt dieser Sieg definitiv zu hoch aus. So schlecht war Salzburg nicht. Nicht drei Tore schlechter. Aber dennoch. Bayern zieht verdient in die nächste Runde.